Könnt ihr nicht so richtig die Frage beantworten, was passiert überhaupt mit der verdauten Nahrung, wenn diese einmal im Verdauungssystem angekommen ist? Das ist kein Problem, wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und hier seht ihr eine kurze Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die für euch rund um das Thema des Magens relevant sind. Und bevor das Video losgeht, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen und der ist jetzt für euch verfügbar. Der Kurs für Medizinerinnen mit Texten und Lernkarten zusammenfassend für das schnelle Lernen und das braucht man im Medizinstudium ganz sicher. Und dabei ist das Tolle, dass wir alles rund um den Magens zusammengefasst haben. Das heißt nicht nur die Anatomie und Histologie, sondern eben auch die Physiologie. Alles jetzt für euch verfügbar. Was passiert dann mit den verdauten Nahrungen? Was passiert mit der verdauten Nahrung als solches? Dabei ist es grundsätzlich so, dass die meisten Nährstoffe in der Nahrung vom Dünndarm aufgenommen werden. Dann werden sie entsprechend vom Kreislaufsystem zur Verwendung oder Speicherung an andere Körperteile weitergegeben. Spezielle Zellen helfen dabei, die aufgenommenen Nährstoffe, die Darmschleimhaut, in den Blutkreislauf zu passieren. Das Blut transportiert dann einige Nährstoffe zur Leber. Also man muss sich hier ganz klar machen, dass mit der verdauten Nahrung erstmal natürlich ein Weiterleitungsprozess stattfindet, der dann letztendlich bis hin zum Kreislaufsystem zur Verwendung oder Speicherung an andere Körperteile weitergegeben wird. Spezielle Zellen sind dabei unter anderem dafür verantwortlich, um bestimmte Stationen passieren zu können. Und genau das ist natürlich wichtig, um dann letztendlich auch diese Nährstoffe bis hin zur Leber zu transportieren, die dann auch weitere wichtige Prozesse in den Gang setzen kann, die beispielsweise in der Biochemie eine große Rolle spielen und da hinreichend erklärt werden. Grundsätzlich ist es so, dass das lymphatische System ein Netzwerk von Blutgefäßen ist, das weiße Blutkörperchen und eine Flüssigkeit namens Lymphe durch den Körper transportiert, um dann Infektionen zu bekämpfen, absorbierende Fettsäuren und Vitaminen dann entsprechend auch absorbieren zu können. Also das lymphatische System hat natürlich auch hier innerhalb der Verdauung nochmal eine weitere Rolle, die dann entsprechend damit verknüpft ist, dass entsprechend diese jeweiligen Nährstoffe da eingebunden werden. Der Körper verwendet außerdem Zucker, Aminosäuren, Fettsäuren und Glycerin, um Substanzen herzustellen, die für Energie, Zellwachstum und Reparatur benötigt werden. Das heißt, die jeweiligen Stoffe, die dann natürlich im Magen gewonnen werden, die werden entsprechend auch gebraucht, um dann diese verschiedenen Prozesse, die alle so vielfältig sind im Magen, entsprechend durchsetzen zu können und um den Körper letztendlich auch am Leben zu halten. Und das muss man sich ganz klar machen, dass diese Vielzahl an Prozessen eben auch daran geknüpft ist, dass der Magen ordnungsgemäß funktioniert, weil er eben eine so wichtige Passierstelle in dem Verdauungssystem des Menschen ist. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die Frage, was passiert mit der verdauten Nahrung nochmal zusammen. Die meisten Nährstoffe in der Verdauung werden vom Dünndarm aufgenommen, dann werden sie entsprechend vom Kreislaufsystem zur Verwendung oder Speicherung an andere Körperteile weitergegeben. Spezielle Zellen helfen dabei, den aufgenommenen Nährstoffen, die Darmschleimhaut in den Blutkreislauf zu passieren. Das Blut transportiert einige Nährstoffe zur Leber und darüber hinaus gibt es natürlich das Lymphatische System, was auch eine Rolle innerhalb dieser verdauten Nahrung spielt, das Lymphatische System, was letztendlich auch durch diese verdauten Nahrung überhaupt erst stattfinden kann und auch alle anderen Prozesse, die im Körper stattfinden, sind natürlich maßgeblich daran geknüpft, dass das Verdauungssystem ordnungsgemäß funktioniert und damit auch der Magen ordnungsgemäß funktioniert. Der Körper verwendet Zucker, Aminosäuren, Fettsäuren und Glycerin, um Substanzen herzustellen, die entsprechend für Energie, Zellwachstum und Reparatur des Körpers benötigt werden. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun an, wie die Verdauung der Nahrung im Magen funktioniert. Wie funktioniert das Verdauungssystem, um letztendlich Nahrung chemisch in kleine Teile zu zerlegen? Wir müssen uns wieder in den Kopf rufen, wir haben ja am Anfang eben die Nahrung, die ganz bewusst durch den Menschen eben aufgenommen wird und das Ziel ist es ja, diese in seine kleine Teile zu zerlegen, chemisch gesehen zu zerlegen, damit der Körper entsprechend letztendlich eine Verwertung vollführen kann. Magengrüsen, die in der Schleimhaut produzieren letztendlich Magensäure und Enzyme, die die Nahrung chemisch abbauen und dabei sind die Hauptfunktionen des Magens dann letztendlich die aufgenommene Nahrung zu speichern, aber auch weiter aufzuspalten und zu mischen. Das heißt, der Magen hat eine Vielzahl an verschiedenen Funktionen und diese unterscheiden sich natürlich auch im Verlaufe der Nahrungsaufnahme dann zwischen diesen drei Hauptfunktionen, nämlich speichern, aufspalten und mischen. Dies wird zum einen durch eine intensive wellenförmige Bewegung der Muskelwand und zum anderen durch den von Drüsen in der Magenschleimhaut produzierten Magensaft erreicht. Das heißt, der Magensaft enthält spezielle Enzyme, die die bestimmten Nahrungsbestandteile im Magen vorverdauen und die damit natürlich auch eine große Relevanz hier entsprechend für die Verdauung der Nahrung im Magen haben. Und gleichzeitig muss man sich aber auch bewusst sein, die Bewegungen, die im Magen stattfinden, die sind eben ausschließlich deshalb möglich, weil wir entsprechend hier auch diese Hauptfunktionen durch die verschiedenen Muskulaturen der Magenwand entsprechend überhaupt erst möglich machen können. Die Sekretion von Magensaft durch die Drüsen wird dabei durch die sogenannten Vagusnerven angeregt, beziehungsweise den sogenannten Vagusnerven, also den Parasympathikus. Diese Stimulation kann einfach durch den Anblick, Geruch oder auch den Geschmack von Nahrung oder durch die Erweiterung des Magenteils beim Eintritt der Nahrung in den Magen erfolgen. Also man muss sich klar machen, es gibt hier ganz verschiedene Reize, die letztendlich ganz verschiedene Stimuli, die auslösen können, dass wir entsprechend eine Sekretion von Magensaft vollführen können. Dabei sind diese Drüsen dann durch den Vagusnerven innerviert, was enorm wichtig ist, um dann letztendlich zu verstehen, wie die Verdauung der Nahrung tatsächlich auch stattfindet, wie sie in den Gang gesetzt wird. Darüber hinaus enthält der Magensaft natürlich auch noch eine Säure, die Bakterien abtötet. Eine ganz wichtige Funktion, die dann entsprechend dazu führt, dass Bakterien, welche in den Magen gelangt werden, entsprechend abgetötet werden und dadurch eine Infektion verhindert werden kann. Das heißt, der Magen hat darüber hinaus, abseits dieser Vielzahl an verschiedenen Mechanismen, die während der Verdauung stattfinden, auch noch eine Funktion des Schutzes. Und das muss man sich auch ganz klar machen. Der Magen ist eben nicht nur für die Zerkleinerung, Mischung und die Speicherung zuständig, sondern, und das ist jetzt auch noch eine weitere kleine Funktion im Vergleich zu den anderen, aber doch noch eine sehr wichtige, die natürlich bei verschiedenen Krankheiten dann problematisch wird, ist es natürlich hier, dass der Magensaft entsprechend verschiedene Infektionen verhindert. Magensäure ist daher die erste Eintrittsbarriere in das Verdauungssystem und die meisten Bakterien überleben diese Passage durch den Magen nicht. Es ist natürlich ganz klar, wenn diese Eintrittsbarriere nicht funktioniert, dann gibt es auch noch weitere Mechanismen, wo der Körper entsprechend absichert, dass entsprechende Prozesse nicht stattfinden, aber eben das kann durchaus sein. Darüber hinaus enthält Magensaft eine Säure, die die Bakterien abtötet und der entsprechend eine große Bedeutung für die Verdauung der Nahrung haben. Entsprechend ist es auch so, im leeren Zustand kann der Magen mit einem flachen, faltigen Beutel verglichen werden, der dann die Speiseröhre mit dem Zwölffingerdarm verbindet, also diese beiden Teile des Verdauungssystems letztendlich verbindet. Es befindet sich auf der linken Seite des Epigastriums, direkt unter dem Zwerchfell, einfach nur um sich die Lage nochmal in den Hinterkopf zu rufen. Der Magen kann dabei eben grob in drei Regionen unterteilt werden, die dann ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Einmal die obere Region, die erfüllt die Funktion des Magens, aufgenommene Nahrung zu sammeln. Dieser Teil kann sich ausreichend ausdehnen, um bis zu zwei Liter Nahrung aufzunehmen. Der zweite zentrale Teil ist entsprechend der Körper des Magens, der zerkleinert die Nahrung weiter und mischt sie dann durch. Von hier aus wird dann der Nahrungsbulus in kleine Portionen über die untere Transportzone, also das Antrum und den Magenausgang, also den Polorus, zum Darmtransport. Nahrungsaufnahme und Abgabe werden durch zwei spezielle Schließmuskeln am oberen und unteren Ende des Magens reguliert. Je nach Bedarf können sie als Ventile geöffnet oder geschlossen werden und sollen eben beispielsweise auch Brechreize verhindern. Und hier haben wir eben den Oesophagus-Zwingter und auch den Polorus-Zwingter. Wenn der Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen dann natürlich nicht richtig schließt, kann Magensäure unkontrolliert in die Speiseröhre aufsteigen und schmerzhafte Reizungen der Speiseröhren-Schleimhaut verursachen. Dieses Verdauungsproblem nennt man dann Sodbremmenden. Das habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Letztendlich ist das nichts anderes als eine Fehlfunktion des Oesophagus-Zwingter, der dann entsprechend dazu führt, dass wir ein Sodbremmenden vorführen, weil wir eben Magensäure unkontrolliert im Oesophagus haben. Einige Medikamente können dabei die kontrahierten Magenmuskeln entspannen, um die Bewegung des Verdauungsprozesses zu normalisieren, sodass der Nahrungspolus weiterhin gleichmäßig gemischt und transportiert werden kann. Aber darüber hinaus gibt es natürlich Stress, ungewohnte Ernährung oder Bewegungsmangel, die dazu führen können, dass die verschiedenen muskulären Bewegungen des Magens, also die Motilität des Magens, aus dem Gleichgewicht gerät. Zieht sich die Magenmuskulatur unkontrolliert zusammen, kann der Verdauungsprozess gestört werden. Der Nahrungspolus kann nicht mehr gemischt transportiert oder verdaut werden. In solchen Fällen ist dann die ordnungsgemäße Funktion des Magens beeinträchtigt und es können Bauchschmerzen oder auch ein schwerer Gefühl, Blähungen und Übelkeit auftreten. Feste Nahrung bleibt dabei ungefähr 1-5 Stunden im Magen, Flüssigkeiten nur 10-20 Minuten und leichte Speisen wie beispielsweise Obst oder Gemüse verbleiben zwischen 1-2 Stunden im Magen, während fettreiche und schwere verdauliche Speisen sogar bis zu 8 Stunden innerhalb des Magens bleiben können und damit die Verdauung der Nahrung im Magen natürlich auch enorm auf die verschiedenen Inhaltsstoffe ankommt und damit muss man sich das ganz klar machen, dass das natürlich auch unterschiedliche Medikamentationen möglich macht, aber eben auch Unterschiede hervorruft, wenn wir beispielsweise unterschiedliche Aufnahmeprozesse innerhalb des Körpers haben und das ist natürlich auch innerhalb der späteren Behandlung von Patienten ganz wichtig. Fassen wir euch das Wichtigste einmal zusammen, die Hauptfunktionen des Magens bestehen darin, die aufgenommene Nahrung zu speichern, weiter aufzuspalten und zu mischen. Darüber hinaus haben wir eine antibakterielle Wirkung durch die Magensäure. Diese wird zu einem durch intensive wellenförmige Bewegungen der Muskelwand und zum anderen durch den von Drüsen in der Magenschleimhaut produzierten Magensaft erreicht. Das ist das, was wir gerade auch mit der antibakteriellen Wirkung entsprechend nochmal hervorheben wollten. Die Sekretation von Magensaft durch die Säuren wird dabei durch den sogenannten Vargusnerv angeregt. Darüber hinaus enthält Magensaft eine Säure, die Bakterien abtötet, die in den Magen gelangen, um eine Infektion zu verhindern. Also auch das enorm wichtig hier, um die Funktionen des Magens vollständig zu verstehen. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video rund um den Magen. Ihr habt jetzt wirklich alles gelernt, was ihr rund um den Magen braucht. Falls ihr noch mehr über unterschiedliche Themen lernen wollt, dann könnt ihr einerseits jetzt unsere Playlist auch checken, unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like da lassen. Und natürlich könnt ihr auch unsere Website auschecken, denn da gibt es diesen Kurs, also Anatomie, Histologie, Physiologie des Magens mit 20% mit dem Code WELCOME für euch einmal direkt in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann checkt es einfach gerne mal aus. Und ihr habt die Möglichkeit, selbstorientiert Kurs für Medizinerinnen jetzt auszuchecken. Im Abo-Modell bekommt ihr da wirklich alles an Kursen, was wir jemals veröffentlichen. Und das ist natürlich auch super hilfreich. Also, ganz viel Spaß dabei. Texte, Zusammenfassung, Karteikarten, alles, was ihr braucht fürs Physikum, aber auch für eure nächste Klausur. Checkt es gerne aus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal wieder.